und so und hiermit willkommen zurück zum no game this is a no game und dann sind wir mal wieder an der reihe ich glaube nach der fall würde ich eine pause machen wir haben geschlagene 3 uhr 8 um die uhrzeit und ich sollte meine uhr mal auf die artstation legen 30 prozent das hält nicht meine schlafzeit aus so haben wir die lippe und so war es hier noch voll okay wir haben hier nichts mehr wie lange können wir jetzt nicht machen überhaupt die tafel drüben ich fühle das wieder mit schnee das bringt nichts wir brauchen nur herr schnee hier haben wir nichts hintergrund auch nicht hier 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 Können wir damit Farbe aufnehmen? Dann hören wir doch Jetzt kann sie Ist der Mond lieferbar oder was? Weil Das muss ein Vollmond sein Was ein fantastischer Vollmond Ich hoffe das Spiel wird uns nicht gewiss Jetzt lassen wir den Mond wieder zurück Wir brauchen ja nur noch Schnee Hmm Woher kommen wir nicht mehr? Erst Wir brauchen den Schnee Wir brauchen den Schnee Aufsiehen Aus Aufsiehen Weitzeh Not Wir brauchen den Farben Dann tun wir nichts mehr Machen Sagt was dann Lile Blau Bäm Ben Ja, das ist toll. Alter. Oh, meine. Okay... Wenn das aber nicht weiß... Um... Hmmmm.. Ich will diesen Schnee bitte W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Horms! ... Oh, jetzt haben wir wieder zahlen Ufff! Ufff! Nicht nur nach dem Oh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ich denke nicht nur, dass man den Mund in den Mund Hinten zu holen Ich bin aber gleich. Ich bin nur noch da, Mineralti Der Penny Hm... Und hier haben wir unsere Farben. Wir tun nur den Stadios. Hm... Ich weiß nicht nicht. Was? Hier aber... ... 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 Er wurde wie ein beechter Wail geflogen. Vielleicht war er allergisch zu cherries. Ich bin endlich frei von diesem radikalischen Sprite. Diese trip hat sich eher schwieriger als ich erwähnt. Mr. Glitch! Dame, du wieder? Du hast mich geholfen? Wir wurden hier von accidente transportiert. Wir? Nein, das kann nicht sein. Du hast den User mitgebracht. Du bist so ein Schmerz in den Neck. Und du fragst warum sie dir? Ich werde nicht sagen. Ich muss gehen. Das ist nicht die Dimension ich war. So... Good game. Nein! Wir müssen ihn folgen. Aber dieses Schmerz hat sich geholfen. Und ich fühle mich. Ich fühle mich zurück. Sie sprechen über deine Trousers, mein guter Mann? Wie werden wir es? Was? 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 Der neige, ist das? Was? Monitor Do you think this copy protection system really existed I doubt it was effective On the other hand, it must have been good for the photocopier market I should have seen it I should have seen it That's weird The disk has numbers that cannot be untread So 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 If Anita system had asked us for other symbols Maybe 100 1,2,3,4 We have it I don't know how you will find a trick to get us out of this, user If it's you Could this glitch fragment be of any use to us? 3 2 2 2 2 3 2 2 3 Was soll ne 5 sein? 5, 1, 3, 4 ... 5, 2, 3, 4, ... Neeeeh Neneene, nicht an, wenn ich sie drehe Das nimmt er an, oh, scheiße Oh, lass mich da sitzen Okay, jetzt haben wir 5, 3, 4 zur Auswahl Um 2, 3, 4 zur nerven Oh! STEUAM Schädel und Waffe. Schädel und Waffe. Jupp... 3 5 3 1 5 3 1 5 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 6 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 6 7 7 7 8 8 9 9 9 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 12 14 16 15 16 17 17 If I yell any louder, I might saturate my voice. How could we wake him up? Was war das? Oh, but we've got to read it. He's not even voiced. Uh, yes, yes, it's us. It's me. I'm not feeling well. It's just a... Dimension... Oh, user! That must be our way out! Yes, hero! That's it! Let's go rescue her! What? Und ich schlitze von den Warnertitzel auf die Sonne von Buntfettel. Was? Ich sage, wir gehen direkt nach dem Dimensional-Temple. Wir werden es herausfinden, wenn wir da kommen. Okay? Was ist das? Die Tür ist verschlossen. Dann geh, find die Karte. Es muss hier irgendwo sein. Das ist nicht der scharfeste Knapp in der Drawer. Ich hasse das. Das ist immer so schnell, wie man schon mal mitlesen. Wo hätte ich den Kde in die Tür gelegt? Bist du derjenige, der alle einen Dachboden macht? Ja. Was hast du getan? Was für ein Dachboden? Das ist Opa's Truhe. Sie hat auf den Dachboden gelaudert. Well, up on it. Maybe the key's inside. Opa's Schreinerhammer. Das ist Tormi. Scheint rot zu sein. Ah, looks like Mr. Glitch has been here. Ist schon gut. Meine Mut wird weiter... Und ein Kde. Und ein Kde. Es ist besonders ein Kde. Was ist passiert? Hat der Glitch-Hammer das gemacht? Ich glaube, dass er die Sprite schreit. Es schreit. Oh, ich dachte, ich sah den Kde hinter dem Dresser. Ist der jetzt eine Worte? Ah ja. Du bist zu klein. Ich komme nicht ran. Anything else would have surprised me. Use her a little help. Ich habe mit Hand geschrumpft. Ah, ich muss es so machen. Erstmal das. Und dann home. Ich habe ihn... It's about time. Go up and the door now, hero. What now? Der Schlüssel passt nicht ins Schloss. Er ist zu groß. Unbelievable. There's a key. A door. That's... Der Schlüssel passt. Sie ist offen. Perfekt! We can finally get on with the game. The quest, I mean. Mist, ich habe blöd. Ich muss den Sprachkraft an den Versch. Hauen. Grüne Landschaft. Der Weg zum Tempel wird durch diesen Büchern gesperrt. Do you have anything shopped to get them with? Das Schwert des Lebens könnte es tun. Die doofen Wunderseiten, das befindet sich auf dem... Der Sword of Life? Yeah, that sounds like a good idea. Careful! Na toll. Feld hält uns da unten rein. Was ist passiert? Did you not see the hole? Nein. Ich sehe den nicht. Ich muss vorsichtiger sein. Seine Stimme erinnert sich tausendmal, wenn ich sage. Grüne Landschaft. Drei Herzen. Sonnenfragmente. What? Heim flippt bald aus. Und ich... Der hole! There's one hole in the path and you fall right in. Diesmal wird er es nicht erwischen. Ich würde aufgrund dieses Game Legend of the Lemmings. Legend of the Lemmings. Was? Grüne Landschaft. Schon wieder. Diesmal wird sich das ja... Don't go falling in that hole again. Was für ein Loch? Just don't move until we find a solution, okay? Alright. We're gonna have to cover that hole. But with what? This is not time to be taking a party interface, user. You can see that this character needs our help. Oh, that's smart. Das, was ich neweil schon mal gesehen habe. Selber? Oder was ne dort? Das Schwert ist auf der anderen Seite das Seite des Sees. Da wo ne Sankt, das ist auf der anderen Seite das Sein. Aber ich kann nicht schwimmen. Ja, aber was, wenn er besser nicht unter Wasser atmen könnte? Oh, I'm sure it doesn't have any intel points. So, then. How are we going to get through? Those Lillipads aren't there by chance. Nope, das ist da hin. Oh, I thought I saw something jump. It must have been a fish. Oh, I thought I saw something jump. Oh, I thought I saw something jump. There, I wasn't dreaming. Something definitely jumped out of the water. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Hm? Was ist das denn? Oh. Wir haben den Home Button Oder das Hauptschild Wo sind diese Seriosen hier? Das hat leider nicht zu print Hm nicht das mal so Die wehnt sich hier von der Stelle Mann Kann ich nur klein hauen? Hm Hm Dieser Gister kommt immer hoch Aber ich brauch die Teile hier Das sieht aus wie die Töner sind Ich bin bereit Das ist was ich heiße Rushing a Dungeon Ein Lupe Das Monotel ist die Töner Es scheint auch zu brunzen aus wie Schade Ich hoffe das ist nicht Alles nicht Wearing a monocle underwater? Ridiculous Anyway, now we've got another glitchy object I wonder what this one does in this world Try it Der Moniker Lägen Der Moniker Unlarge Die Töner Die Sprites! Oh! The weight of the chest sank the lily pad! User! You're more talented than I thought! But we all know you didn't plan it! Oh! Let's have a line! Anyway! Now we should be able to get him across! Good! Good! Now we're making progress! Careful not to move too much, hero! And that's the line! Looks more like a copy of Excalibur! This is... I hope I'm so nervous! 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 Ah, I wasn't talking to you! I wasn't talking to you! It's broken! I'm so nervous! Oh! I'm so nervous! I'm so nervous! Unbelievable! I'm so nervous! I'm so nervous! I'm so nervous! Ich bin sicher. Spende mir Trost, Kraft, Tapferkeit oder eine Händenschere. Was werden wir mit diesem schraubigen Schraub machen? Können wir es als Werkzeuge nutzen? Wie sieht es, dass er es hat? Das Jarl hat komplett auf der Schraub von der Schraub. Jetzt wird es keine Chance werden können. Ah, ich habe mich schon. Ich habe mich nicht mehr geschlossen. Danke, Jaya, für dieses... geschehen dritter für dieses was ist das die schwarze so oft wirklich sieht aus als eine weit entfernten galaxis ich werde jetzt versuchen jup das funktioniert es funktioniert lass uns schützen schnell lesen ist nicht meine stärke ich glaube nicht er tut das aufgrund keine andere Explosion ich habe es tatsächlich getan um Zeit zu sparen nicht schlecht was aber wenn das im normalen dem immer ne ins immer so zu sein arme wenn er das machen würde auch wenn in so zwei büsche ist es einer der Weg zum dämonischen Typel ist endlich frei so er ist ... ... D.A.F.O.R.D.! Niemand hat mir vorbei! Mein Meister muss sich über Befeuzeiung erfüllen! Ever! D.A.F.O.R.D.! They're not even doing any damage! Good angagement! This duel is endless! We've gotta find a way to get rid of this enemy! That everyone is katapult! Hello, world's time! Is there anything in the inventory, that can help us? Ich bin denn normal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wie geht das? Wie geht das denn los? Wie verändert das nichts daran? Wenn der Feind viel größer als der Held ist, schreift ihn an. Wie geht das denn los? 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 Nein! Es ist zu weit. Er wird niemals in die Tür kommen. Können wir ihm einen Schocken geben? Das war... Da geht's! Mein Gott, wir hatten bedrohend. Ich weiß nicht, dass ich nicht weiß, dass ich mich nervig war. Das ist nicht her, wo ich jetzt bin, von Trottab-Dimension-Tempel. Prinzessin? Prinzessin? Ich würde ja... den oder die... Schalte? Oh ja, dieser Schalter muss ich vor die Tür füllen. Ist... komisch. Wir müssen vielleicht ein bisschen warten, bis es ausgeht. Ich habe gar nicht gehört, Tim... Ist es so still? Dreh nicht mehr um! Wieder der verlorenen Spiele. Das war's. Ja, hat es gehalten, Raining Snakes? Gut, ich bin... Ernestlich, ich habe es besser als Raining Croissant. Bist... Ich mach halt ihn nur zuerst, denn das. Was ist los? Was auch immer! Ich hab dich geöffnet! Ich hatte nur etwas... Ich hab dich geöffnet! Ähm, ja, da war noch eine... Der Schalter. Wahrscheinlich eine Falle. Wie kommt die Prinzessin im Dunkel? Ich rieche... Ich denke, es kommt wahrscheinlich aus dem Sewar. Ich... ich hab nichts im Dunkel. Oh, komm! Ein großer Typ wie du! Außerdem ist es nicht komplett schmerz. Du kannst es ein bisschen sehen. Es gibt eine Locked-Bus-Door. Ein Schrauben. Eine Pause-Button. Oh-oh, nein, das ist meine. Alles klar! Halt still! Ich lasse den Weg für dich! User! Kannst du den Weg für ihn? Ach, natürlich! Schaffen wir den Weg noch? Ich hab noch Zeit in der Folge. W-O-U-U-U-U-U! Ich habe noch keine Erregen. Oh, hier! Hier! Da! Oh! 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 So, was wird doch das jetzt schocken? Ja, vielleicht haben wir die Prozessen in dieser Folge retten, aber den Rest... ...ich glaube es sind ja schon noch ein paar Folgen in den Spiegel. Da geht er ja! Oh, sehr cleverer, User! SCHNELLER! Ist da der Licht? Hilfe, da! Ich habe Angst! Und dann... SOMETHING HAPPENED IN THE OTHER ROOM! Ich bin da ja schon, das ist der Licht, uns... Lauf, schneller! Fantastisch! Liebe Schalter! Was ist das? Was ist das? Ah, wir haben uns einfach herausgefunden, wie die alten Switche aktivieren. Das ist großartig! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das war so. Mist! Zu spät! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das war's nicht. Na, das war's nicht. Das war's nicht. Du musst besser machen, als das. Er hat mir den Runaround! Dann! Wenn das vier sind und das zwei Na ja, ok, lass ihn mal runterlaufen Am besten sind die Schuhe Vielleicht Scheiße, das ist scheiße, Rami Ich weiß nicht, ob das sollt Mist Mist Mist, zu spät Man, wie geht das jetzt? Ich hab das jetzt hier schon mal da oben genommen als 1 Wut? Was ist das? 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 Das ist einfach Was ist das? 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 Was ist das?